Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Visage, die Vollversion Kapitel 1. Wie? Nein. Markus, natürlich hat der Minigames der Mobot. So. Nicht wundern, ich werde heute höchstwahrscheinlich ein bisschen anders von den Lautstärkeunterschieden sein, was meine Stimme angeht. Denn ich habe meine eigene Stimme nicht auf den Ohren. Ich habe gerade meine Kopfhörer per Bluetooth connected und da habe ich jetzt ein Delay im Ton. Aber egal. Wir kriegen das hin. Gelöscht. Die kann man nicht löschen, Markus. Die kann man nicht löschen. Ach stimmt, hier waren wir, ne? Oh Gott. Mach schnell, bevor der Typ wiederkommt. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ähm. Oh nein. Nein, nein. Die Stelle kenne ich doch noch. Wo muss ich nochmal hin? Scheiße. Also ich weiß, dass hier unten... Hier war das, ne? Feuerzeug funktioniert nicht. Okay. Genau, hier ist die Tür, die blockiert ist. Da kommen wir nicht rein. Was war hier? Nichts. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehe ich mal nach oben. Moin, Lucy. Ich wusste, dass du da jetzt stehst. So, wo muss ich nochmal hin? War das hier? Ähm. Okay. Warte mal, ich habe den Fotoapparat dabei, ne? Ich mache ein Foto von dir und dann gehst du wieder. Haben wir uns verstanden? Mein Freund. Wo? Wo? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe doch gesehen, dass du da kommst, du Penner. So leicht mache ich es dir nicht mehr. Hör mal. Das habe ich alles schon durch hier. So. Okay. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Der war beim ersten Mal schlecht. Der war jetzt auch wieder schlecht. Jetzt macht er einen auf Unzerstörber und zwei Minuten später schreit er wieder rum. Ja! In diesem Kapitel war ich lang genug. Oh, ne. Scheiße. Wo war denn jetzt der Schrank nochmal mit dem, mit dem, mit der Matroschka? War das zufällig der hier? Danke. Hui. So. Dann mussten wir hier runter, ne? Da war doch was. Ja. Ja. Ne, mein Freund? Was geht? Feuerzeug funktioniert hier unten immer noch nicht. Ah, okay. Auch wenn ihr immer ein bisschen was erkennen könnt, wenn es so dunkel wird. Ich kann hier deutlich weniger sehen, weil ich hier ganz viel helles Studiolicht aufgebaut habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal los bin, weil ich nichts sehe, obwohl ihr noch Umrisse erkennen könnt oder so. So, der Ton wird gleich wieder da sein, keine Sorge. So. Und zurück. Läuft alles rund. Das ist super. Ja. Ich will hier gar nicht rein. Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Ich will ihn auch nicht lagern. Ich will ihn... Weg damit. So. So. Moin, moin. Ich gehe dann mal einfach, ne? Jetzt, wo ich weiß, was ich machen muss. Hör mal. Also, das ist... Okay, da steht einfach nur so ein Schrank. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe einfach immer weiter. Immer das gleiche Foto. Hat das einen Grund? Oh, nö. Hä? Wo? Wo, wo, wo? 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 Okay. Mane. Ja, dico. Okay. Okay. Hallo, Schlüssel. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Freunde. Alles. Kein Problem. Okay. Warum auch immer man hier weiter kann. Oh. Okay. Ja. Hier geht es weiter. Deswegen kann man da weiter. Moin. Spannt euch. Ich bin... Ich bin doch nur der Fotograf. Ich mache doch nur schöne Fotos. Oh Gott. Und ich habe gerade noch drüber nachgedacht. War hier an dieser Stelle nicht irgendwas? Ja. Da war ja was. Da kommen wir nicht hoch. Oh Gott, ey. Ich hasse das, wenn es so dunkel ist. Und das Feuerzeug funktioniert weiterhin nur nicht. Gott, ich sehe gar nichts. Hä? Oh. Ja, gut, dass diese scheiß Lampe funktioniert, wa? Okay. Hey, hier war ich doch gerade. Hä? Ähm. Ich bin im Kreis gelaufen. Hehe. Hey, hier ist gar nichts. Wo bin ich? Ich bin im Kreis gelaufen. Ah. Ah. Ah ja. Ja, ja. Gut. Ah. Hier sind wir wieder bei mir zu Hause. Als es noch unaufgeräumt war. Das Feuerzeug funktioniert immer noch nicht. Das gibt es auch nicht. So ordentlich, ja. Alles perfekt. Moin. Schön, wieder da zu sein. Hallo. Endlich geht auch mein Feuerzeug wieder. Huiuiui. Erstmal nach oben. Habe ich hier nicht auch irgendwo Feuerzeuge liegen lassen? Was müssen wir denn jetzt machen? Hier brennt Licht. Wenn es zu extremen Rucklern im Moment kommt. Ich habe Kodierungsüberlastung. Guck mal. Hier liegt ein Feuerzeug. Was ein Zufall. Nehme ich mal direkt mit. So. Das war's. Oh, nö. Sind wir schon... Sind wir schon... Ist das schon... Ist das schon... Ähm... Feuerzeug ist leer. Das ist schon das Ende, ne? Oder? Wird die Wadewanne jetzt gleich nicht befüllt oder so? Das klemmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sicherheitsfotos, ja Ich kann auch gerade sonst nichts machen, also, ähm, ja Wir müssen warten, bis die Badewanne voll ist Ach man, Lucy Oder Hans-Peter, einer von euch beiden, ne Lass doch mal Ich mach das alles on air, juck mir nicht Ich mach das, ich mach das, ich mach das Moin Hansi, was geht? Lucy, supper's ready, come on up! Lucy? Lucy? Why would she do that? She loved Bingo! I don't know She's never done anything like it We, uh I think we should see a professional You heard the diagnosis? She could be in danger We don't have much of a choice I know all that But who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrust needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting Ja, das mag sein Ja, das mag sein Oh, ich erinnere mich gut dran, hör mal Oh, ich erinnere mich gut dran, hör mal Und ja, das ist Absicht, dass die Webcam geradeaus ist Gut, dann steigen wir mal wieder in die Badewanne ja, das mag sein Ja, das mag sein 300 Das war's für heute. Lucy, what are you doing in there? Unlock the door, please. Lucy, are you okay? Open the door now! Lucy! What's going on? Lucy, hold the cell phone in there. She won't open! Lucy, open that door now. Lucy, hold the cell phone in there. Lucy, open that door now. Move! Lucy, open that door now. Lucy, open that door now. What's going on? 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 What's gonna happen? What's going on? What's going on? What's going on? Wie viele Kapitel sind denn dazugekommen? Ja, das wird schwer, ein kleines Kind dazu überzeugt zu kriegen. Hier, die Krücke ist ein Kapitel? Oder nicht? Nee. Also, das ist ein neues Kapitel. Und die Kassette. Nee. Okay. Doch nicht. Ähm. Ja. Ähm. Gut. Gut. So, das Licht konnte man noch einschalten. Das weiß ich doch. Irgendwie. Hä? Wie ging denn das Licht noch mal an? Ah. So. Gut, Freunde. Dann, ähm. Dann, ähm. Dann, äh. Und. Vielen Dank.